Hallo und herzlich willkommen zurück beim Landwischer Simulator 17 auf der Winterberg-Map. Winterberg ist eine Mod-Map. Die habe ich auf irgendeiner Seite gefunden. Einfach mal googeln, habe ich da umgewühlt. Und ich habe ein bisschen gearbeitet. Habe sämtliche Missionen gemacht und Zeug verkauft, dass wir jetzt das Mais-Schnatwerk brauchen, weil ich noch ein zweites Feld dabei gekauft habe. Weil mit nur einem Feld bist du drei Tage unterwegs hier. Das würde dann nichts bringen. Und ich habe nicht nur das Feld und das Mais-Schnatwerk gekauft. Ich habe sogar auch direkt eine Mais-Sämaschine gekauft. Die seht ihr hier da. Die Amazone. Da können wir nämlich auch direkt Mais, Sonnenblumen und den ganzen Kram anpflanzen. Und was wir einmal haben, haben wir. So, ich muss mir das nämlich alles kaufen, weil das Feld ist schön klein, das Feld ist in der Nähe. Und es war Mais drauf oder ist Mais drauf. Deswegen habe ich mir das ganze Zeug zugelegt, damit wir auch direkt anfangen können hier. Brauchen tun wir es ja irgendwann so oder so. Dabei ist die Maus ja kein Faden ab. Gellewoll? So, unser Helfer kann anfangen. Na, guck. Es war nämlich zwischendurch mal... Wenn ich es vorgemuckt habe, Mais im Sonderangebot, äh, Sonderverkauf, Gewerkse. Aber ich hatte ja nicht viel. Also bin ich auch nicht wirklich reich geworden damit. Ich habe es verkauft. Und ich hatte den Anhänger, glaube ich, nur 14 oder 24 Prozent oder sowas voll. Also nicht mal Viertel voll. Also war das auch nicht so die Welt. Ja, und durch die ganzen schönen Ausgaben, die wir jetzt hatten. Das Feld gekauft. Das Schneidwerk gekauft. Und die Seemaschine direkt hinterher. Die habe ich auch schon voll gemacht, übrigens. Dann sind wir jetzt halt nicht mehr ganz so reich. Aber wie gesagt, ich habe alles durch Feldaufgaben gemacht. Und meine Lagersilos leer gemacht. Und jetzt haben wir natürlich zwei Felder. Mit zwei Feldern können wir schon ein bisschen mehr machen. Zwei Felder sind natürlich ein bisschen wenig. Drei Felder würden mir natürlich besser fallen. Aber mit 27.000 Euro kriegen wir, glaube ich, kein drittes Feld dabei. Ach, der hat die aktive Seite ja links, ne? Ja, bin jetzt umsonst hin und her gefahren. Wie gesagt, ich spiele Winterberg. Mod-Map, weil ich ja aus dem Sauland komme. In Winterberg geborgen wurde. Und deshalb. So richtig Winterberg ähneln, naja. Ist halt so eine Sache, aber trotzdem. Aber ich glaube, die mit dem gehäckselten Stroh, die Mod, die funktioniert hier nicht. Hat aber nicht geklappt. Dabei ist ja erstmal Wurst, weil wir einen Ladewagen dabei haben. Als Start-Kapital. Als Start-Gerätschaften Ladewagen dabei. Und dann funktioniert das ja auch. Können wir ja die schönen Stroh verkaufen. Jetzt nicht vom Mais, sondern... ...und im anderen Gewerksel. So, und auf dem Start-Feld, das wir hatten. Da brausen wir jetzt mal hin. Eben schnell. Auch wenn der schon bei... ...50% ist. Huch. Bin ich ja Gefahr wie um Gott, ne? Hier eine Zossen vorbei. Gucken wir mal das Start-Feld an. Ah, ist auch schon reif. Ja, da kommt doch genug Arbeit irgendwie zu. So, hier habe ich Raps angeseht. Zwischendurch habe ich das Feld noch ein oder zweimal abgeerntet. Weizen und ein bisschen Gerste herbeigeholt. Das Stroh habe ich teilweise eingelagert und teilweise verkauft. Ich habe den Fluch verkauft, den wir hatten. Den Pick-up habe ich verkauft. Aber die Fiat-Field brauchen wir sowieso nicht. Wer kann ich mir nachher irgendwann immer noch mal einen neuen holen? Ja, und so haben wir das Geld gekriegt für die neuen Gerätschaften für die Maisarbeit. Für die Maisernte. Und an Helfer-Aufgaben-Missionen habe ich immer schön die großen Felder genommen. Ja, und hier ein oder zweimal das Feldbildiger wurde, ne? Ich bin da schließlich kein kleines, dummes. Und kaufe endlich hier das Teuerste und Teuer. Aber den Mais werden wir, glaube ich, erstmal einlagern. Das war zur Not, was wir kaufen können. Ja, also wenn der Preis dann wieder stimmt. Aber wie sieht es aus, die kriegen wir eh... Ja... Ne, wir kriegen keine Zwei-Anneger voll. Einen, denke ich mal. Schade. Schade, schade. So, hier was fährt denn so ein Miedröcher? Zähne, ne? Jo, 10 passt. Ich zeig mal den jetzt schon mal ab. Aber der bleibt eh nicht stehen, oder? Ja, ja, wir könnten nicht jetzt ab. Ja, wir kriegen wahrscheinlich einen Anneger voll. Und das soll dann auch erstmal reichen. In der Zeit holen wir uns schon mal... ...unsern Case herbei. Das muss ja nachher schnell gehen, ne? Damit wir auch wieder schön... ...rabzi-fatzi Geld herbeikriegen. So war schon mal den Case mit dem... ...prober hinten dran. Passt ja farblich auch am besten, ne? Das ist, wenn man dann... ...johland hängen würden hinten. Das habe ich euch gar nicht den Händler gezeigt. Den hätte ich eigentlich... ...machen können, wenn ich schon neue Gerätschaften kaufe. Naja, machen wir nächstes Mal. Wir werden ja die Maschinen nicht behalten, die kleinen hier. Wir werden ja große oder größere Maschinen expandieren. Andere Felder, größere Felder. Wir haben hier erst nur Feld 12 und Feld 13. Und ein paar Felder gibt es da noch. Wie gut ist denn das? Wir haben 23, 4, 25 Felder gibt es insgesamt. Also ein bisschen, was haben wir noch zu tun? Aber der oben steht im Weg. Also nicht, nee, das Ober machen wir eh noch nicht. So. Ups. Legen wir direkt die Sehmaschinen dran. Sonnenblumen kann man ja auch mit dem Mais-Schneidwerk ernten, oder? Jetzt bin ich ein bisschen, ein bisschen überfragt. Wo ist es denn? Sonnenblumen und Mais, genau. Aber für Sonnenblumen gibt es auch extra Schneidwerke, oder? Naja. Ist die Effizienz da größer? Wie ist das? Wer weiß das? Wer weiß das? Wer kann man ja helfen? Und mit dieser Sehmaschine kann man ja Mais, Rieben, haben wir keine. Das dauert noch ein bisschen. Böhnchen. Wir sehen dann Böhnchen. Sojabohu machen wir als nächstes drauf. Ich fahre nur die Gerätschaften schon mal rüber. Dann können wir aber nächstes mal richtig schön durchstarten. Oder ich in dem Fall. Tut mir so leid, dass er, dass jetzt die lange Pause war zwischen die Folgen. Aber ich hatte ein bisschen Arbeitsstress. Da Leute Urlaub haben und krank sind und hast nicht gesehen, ist das dann manchmal so eine Sache, ne? So, wie voll ist der? 40 Prozent. Ja, einen Anhänger kriegen wir voll. Wenn überhaupt. Und dann holen wir nachher den Raps. Wir gucken mal in unser Lager rein. Wie es da aussieht. Und es ist dann hier ein super Angebot. Auch Sojabohnen. Die Eisenbahn, die lasse ich wieder weg. Ich fahre jetzt in Landwirtschaftssimulator. Und wenn ich Eisenbahn fahren, kann ich Eisenbahnsimulator spielen. Das ist ein Mumpitz. In meinen Augen. Aber jeder so wie er es mag. So. Ja, wir hätten verkaufen fahren können. Mais. Haben wir verkauft. Da war über 1000. War mehr wie es fahren. Also in der Bäckerei sei jetzt. Rüben kriegt es natürlich auch nicht viel für, ne? Wir werden, glaube ich, ein Rübenlager machen, wenn man mal Rüben anpflanzen. Und Kartoffeln machen. Kleinen Kartoffellager, Rübenlager für die Schweinchen. Und das kann man verkaufen. Aber das dauert ja auch noch, oder? Rübenernte. Da brauchen wir ja einen Krauter mit 17.000. Den brauchen wir. Ach ja. Das sind wir bei 105.000. Wenn mich jetzt nicht verrechnet habe. Das dauert auch noch ein bisschen, ne? Was ist das denn? Ach, das ist das Teil, wenn man sie irgendwo abgelagert hat, ne? Abgeladen hat. Hier die Maus, wie das Ding heißt. Ach so. Das Ding ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt für den Anfang. Wie sieht es bei den Kartoffeln aus? Hätten wir 9 und 112. Ja, und 121. Plus Kartoffelsetzmoped. Ja, 142.000. Also. Wenn dann erst Rüben. Vielleicht hole ich mir zwischendurch schon noch ein paar Schweinchen, die... ...zwar noch keine Erdfrüchte haben, aber den Rest alles. Die Tiere haben wir ja ein bisschen vorbereitet, ne? Wir sind ja keine Unmenschen. Also hier würden nur Zuckerrüben fehlen. Also die Erdfrüchte. Gras könnte man eigentlich auch schon machen, aber ich wollte Gras auf ein richtiges Feld sehen, damit wir das nachher mit dem... ...mit der Dings machen können. Sprich mal schnell. Mit Curseplay. Mal schauen. Ach, da kommt doch viel auf uns zu. Schweinchen können wir uns nicht leisten, weil wir noch kein Wasserfass haben. Wo fände ich die überhaupt? Ja, hier schon mal nicht. Da auch nicht. Diverses. Und das... Ja, zwei, drei Mods sind da schon drin. Aber... Brauchen wir auch noch nicht. Wo ist das Wasserfass? Oder ist das Wasserfass in den Tier-Dings? Ah, shit, hab ich gar nicht mitgekriegt. Kacke. Hätte ich mir vielleicht noch ein... Nee, das wäre auch Spaß gewesen. Dritter Trecker erstmal. Vierter Trecker. Dann ist das Wasserfass wahrscheinlich in der... Tier... ...im Tiermenü mit drin. Komm mal auf, wir laden hier. So soll es laufen. Ja, so mal haben wir es meistens fast abgeerntet. Und wir schauen mal, was beim nächsten Mal passiert. Ja, gut, wenn ich jetzt Tier holen wollen würde, bräuchte ich ja nicht nur noch Wasserfass. Ich brauche einen Tieranhänger, aber ich bezahle halt mehr. Ja, es dauert. Ist ein... ...stetiger Arbeitsrhythmus hier. Auf dem Bauernhof. Im Sauerland. Und auf sämtlichen anderen Bauernhöfen auch, dass man sich was leisten kann. Ich weiß gar nicht, ob ich Kredit habe, habe ich auch nicht zurückgezahlt. Das konnte man doch auch irgendwo gucken, hier, oder? Gab es nicht auch ein Menü? Finanzübersicht. Äh... Siehste. Siehste. Kredit haben wir auch, müssen auch noch zurückzahlen. Naja, wie lieb auch sei. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes, frostiges Wochenende. Eine erfolgreiche Arbeitswoche. Und hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir wieder im Winterberg einen auf Superbauern machen. Und ich wünsche euch was. Ciao. Ciao. Vielen Dank.